Liebe Freunde der Astrologie, ich möchte mit euch heute besprechen, wie man im Horoskop die Berufung findet. Bei der Berufung kommt es nicht unbedingt darauf an, ob wir das jetzt beruflich verwerten oder ob das privat bleibt. Das spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist sozusagen das Ziel in einem Horoskop und das schauen wir uns an. Vielleicht noch vorweg, wenn wir das Ziel suchen, nutzen wir natürlich den MC im Horoskop, das ist diese senkrechte Achse, in welchem Zeichen die schneidet, und nehmen uns dann die zugehörigen Planeten vor. Selbstverständlich bleibt auf die Art und Weise das gesamte Horoskop erst einmal im Hintergrund, weil ich darlegen möchte, wie wir diesen MC angehen und was wir dabei beachten. Wenn man eine komplette Deutung macht von einem Horoskop, wird man auch bei der Berufung selbstverständlich das gesamte Horoskop einblenden, nur nicht am Anfang, ich würde das nicht empfehlen, weil es verwirren kann. Also wir können uns in einem Horoskop mit den vielen Daten sehr leicht verirren und deswegen rate ich dazu, erst einmal die konkreten Planeten herzunehmen, dass man da klar sieht, wo liegt tatsächlich die Berufung. Selbstverständlich werden wir bei der Berufung nie ganz konkret werden können, wenn wir die anderen Planeten nicht alle einblenden. Was wir in diesem Rahmen immer einblenden, sind Planeten, die noch im Haus 10 wären, weil sie gehören automatisch mit in die Berufung. Und wir werfen so einen Blick auch auf die Sonne, weil die Sonne ein Hinweis ist, wo findet denn die Berufung eine Verwirklichungsebene. Wir werden dann gleich beim ersten Horoskop sehen, dass das ausschlaggebend ist, wo die Sonne ist, weil man sonst woanders suchen würde. Schauen wir uns das erste Thema gleich an. Wir haben hier ein Horoskop mit MC Stier und beim MC Stier geht es definitiv um Sicherheit. Das kann eine materielle Sicherheit sein, das kann aber auch eine emotionale Sicherheit sein oder dass es hier um den Selbstwert und Selbstliebe etc. geht. Um die Werte generell. Nachdem die Sonne hier in Haus 2 ist, kann ich gleich sagen, hier geht es sehr wahrscheinlich um die materielle Sicherheit. Muss aber nicht unbedingt. Also es könnte genauso gut sein, dass ich hier mit einem MC Stier sogar im Bereich der Kunst gelange. Und zum Stier gehört ja die Venus und die Venus in 12 könnte auch wieder Kunst sein. Aber bei diesem Horoskop deutet sich das so an, dass es hier ums Dienen geht. Also Kunst und Dienen ist ja immer sehr nah beieinander, aber es ist schon ein großer Unterschied. Ich muss zugeben, dass genau bei diesem Horoskop, da geht es tatsächlich ums Dienen. Also ich kenne diesen Menschen. Aber wir haben hier Stier, MC Stier und die Venus im Löwen im Haus 12. Das ist eigentlich tatsächlich eine Kunstkomponente. Also wir haben hier einen Menschen, der durchaus sich auch hätte mit Kunst beschäftigen können. Am Rande. Nicht eindeutig am Rande, also es wäre durchaus möglich gewesen. Aber hier geht es um etwas anderes. Dieser Mensch sucht seine Sicherheit dadurch zu gewinnen, dass er über die Venus in Haus 12 anderen Menschen dient. Und dass er den anderen Menschen mit einem gewissen Wohlwollen und mit einer gewissen Großzügigkeit dient. Weil die Venus ja schließlich im Löwen ist. Also das Dienen ist ein Dienen, was dem Materiellen auch dient, letztendlich. Es kann auch ein Dienen und eine Fürsorge sein mit materiellen Mitteln. Diese Venus kann nur so, wie der Krebs zulässt, weil das 12. Haus im Krebs schneidet. Das heißt, hier hängt Dienen und Kümmern zusammen. Und der Mond ist ja wieder in Haus 12 und im Krebs und in Konjunktion mit der Venus. Das heißt, wir haben hier es eindeutig mit einer Form des Kümmerns und Dienen für andere Menschen zu tun, um Sicherheit zu erlangen. Und eindeutig weist darauf hin die Sonne in Haus 2, die in der Jungfrau steht. Und Jungfrau ist ja wieder ein Thema des Dienens auch, der Dienstbarmachung. Und weil eben die Sonne in der Jungfrau hier steht, geht es weniger um Kunst. Und deswegen komme ich also auf die Idee, dass hier eindeutig ein Dienen vorrangig ist. Gut, schauen wir uns das zweite Horoskop an. Wir haben es hier mit einem MC Zwilling zu tun. Beim MC Zwilling geht es um Kommunikation, Austausch, Darstellung. Und diese Kommunikation fällt mit dem Merkur, der zu den Zwillingen gehört, ins elfte Haus. Und wenn der Merkur im elften Haus steht, heißt, ich bediene hier kommunikativ in irgendeiner Form eine soziale Gemeinschaft. Nachdem es hier um etwas Berufliches geht, würde ich sagen, ich bediene hier eine Klientel. Und ich bediene die Klientel auf löwische Art und Weise. Das heißt, ich führe diese Klientel. Mit einer gewissen Ausrichtung aufs Materielle. Und ich komme da auch recht souverän rüber. So, was vermittle ich da? Wie bediene ich diese Klientel? Und ich bediene die Klientel so, wie der Krebs entscheidet, weil das elfte Haus schneidet im Krebs. Und zuständig ist der Mond. Und der Mond steht hier im Steinbock und im Haus 4. Der Mond im Haus 4 strebt nach emotionaler Sicherheit, nach Geborgenheit, sich überhaupt geborgen fühlen, sich wohlfühlen. Mit einer hohen Verbindlichkeit, weil der Mond ja schließlich im Steinbock steht. Also es geht etwas um eine Grundlage, um eine reale Grundlage, um mich wohlzufühlen. Und das Ganze sollte mir dann auch noch eine Fülle bescheren, weil schließlich das vierte Haus ja im Schützen schneidet. Ja, was könnte das sein? Das ist hier ein Versicherungsvertreter. Das ist also jemand, der Versicherungen verkauft. Oder verkaufte, muss ich sagen. Das ist ja heute kein großes Geschäft mehr, aber es war mal ein sehr gutes Geschäft. Und da hat derjenige wirklich auch gutes Geld verdient. Und das ergibt sich tatsächlich sehr gut aus diesem Horoskop. Die Sonne ist ja auch in Haus 11, das heißt, die Verwirklichungsebene findet tatsächlich beim Klienten auch statt. Gehen wir zum nächsten Horoskop. Wir haben hier einen MC Löwe. Beim MC Löwen geht es immer ums Führen, ums Herrschen. Es könnte natürlich auch um einen künstlerischen Ausdruck gehen. Aber hier in dem Fall werden wir sehen, dass es tatsächlich ums Herrschen und Führen geht. Und dieses Herrschen und Führen fällt mit der Sonne in Haus 11 und in der Waage in einem Bereich, wo eine soziale Gemeinschaft auf harmonische Art und Weise geführt wird. So könnte man das sagen. Soziale Gemeinschaft. Wir wissen noch nicht, was das ist. Es könnte jetzt natürlich eine Klientel sein, aber es könnte auch nur eine soziale Gemeinschaft sein. So, und diese Sonne in der Waage kann sich nur so um diese Klientel bemühen, um diese Klientel führen, so wie die Jungfrau zulässt. Und dann müssen wir schauen, wo ist der Merkur? Und der Merkur ist in Haus 12. Das heißt, dieses Herrschen oder Führen einer sozialen Gemeinschaft, um Harmonie zu erlangen und Freiheit, ja auch in Freiheit zu führen, das ist ja wichtig, die Sonne ist ja in Schleswig und Haus 11, um dieser sozialen Gemeinschaft auch diese Freiheit zu geben, Freiheit in Harmonie, bedarf es einer Kommunikation, die im Hintergrund stattfindet, die im Verborgenen ist. Also es hat irgendetwas Geheimes. Ja, es ist nicht öffentlich. So, jetzt ist es so, dass dieser Merkur in der Waage steht und der Merkur kann nur so, wie schließlich die Venus es ermöglicht. Jetzt müssen wir schauen, wo ist die Venus? Und die Venus ist im Skorpion und im Haus 1. Da könnte man sagen, die Venus im Skorpion, wir gehen jetzt mal von den sexuellen Dingen ab, die spielen hier keine Rolle. Eine Venus im Skorpion kann etwas Übergriffiges andeuten. Sie kann auch andeuten, dass es hier um hintergründige Absichten geht, dass hier die Venus im Haus 1 im Skorpion sehr nett, sehr liebevoll, sehr sympathisch rüberkommt, sympathisch auftritt, aber es eigentlich um hintergründige Absichten geht. Gewisserweise auch schwarz-weiß Absichten. Freund, Feind. Und das ist interessant, das ist nämlich das Horoskop von Wladimir Putin. Und also man sieht tatsächlich bei ihm diesen Führungsanspruch und dass dieser Führungsanspruch in die soziale Gemeinschaft geht und geführt durch den Merkur in Haus 12, also dann doch auf einer versteckten Ebene mit verdeckten Karten. Putin hat ja mal für den Geheimdienst gearbeitet und da kommt es her, dass dieser Merkur in Haus 12 ist. Interessant finde ich bei diesem Horoskop von Putin, dass er die Sonne in 11 hat und nicht in 10. Normalerweise haben Politiker immer die Sonne in 10. Jetzt könnte man wohlwollend meinen, dass es hier Putin tatsächlich um das Volk geht, sprich um die soziale gerechte Gemeinschaft und nicht um das Staatsgefüge. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nächstes Horoskop. Wir haben hier einen MC Waage. Und ein MC Waage beschäftigt sich in erster Linie mit einer Form der Harmonie. Könnte selbstverständlich auch Kunst sein, gar keine Frage. Aber es ist was sehr Schönes, Harmonisches. Man könnte jetzt sagen auch etwas Oberflächliches. Aber es geht ja hier um Harmonie. Aber es könnte auch etwas mit Beziehungen zu tun haben, weil das ja schließlich die Waage ist. Gut. Zuständig für diese Waage ist die Venus. Und diese Harmonie fällt mit der Venus ins siebte Haus, in den Krebs. Und eine Harmonie, die sich im siebten Haus mit Krebs beschäftigt, würde bedeuten, dass es hier um seelische Belange geht, dass es hier um ein gewisses Kümmern geht. Und weil die Venus in Haus sieben ist, sind das die seelischen Belange oder das Kümmern in der Begegnung oder in der Partnerschaft. Und diese Venus kann nur so, wie der Mond erlaubt, weil die Venus ja schließlich im Krebs steht. Und der Mond steht in Haus zwölf und im Skorpion. Das heißt, es geht hier um die hintergründigen Dinge, die nicht bewusst sind, die nicht sichtbar sind, aber die ganz entscheidend sind für das Beziehungsleben. Es geht ja hier schließlich um den Skorpion. Und es geht vor allem um diese Emotionen und um die ganz tiefen Gefühle. Die Venus aber andererseits kann das nur kommunikativ, weil die Venus in einem Haus steht, im siebten Haus, welches den Zwillingen gehört. Und zu den Zwillingen gehört der Merkur. Das heißt, diese Venus kann in dem Fall auch nur so, dass sie dem Merkur dient. Und der Merkur in Haus 9 im Löwen ist ein Merkur, der sozusagen Liebesbeziehungen erforscht. Also eine ganz interessante Kombinatorik hier. Hier haben wir viel mehr Planeten. Wir haben hier auch noch die Sonne im Haus 8. Die wir so nebenbei nur anschauen. Und Haus 8 ist ja das Haus der festen Partnerschaften. Das ist das Horoskop einer Partnerschaftstherapeutin. Nebenbei müssen wir uns noch anschauen, den Planeten Jupiter in Haus 10. Der spielt ja auch immer eine Rolle. Und Jupiter in der Waage in Haus 10 ist ganz eindeutig die Diplomatie, die Gerechtigkeit oder auch der Mediator. Und das Ganze in einem öffentlichen Bereich. Also das ist ein öffentlicher Mediator in der partnerschaftlichen Beratung. Schauen wir uns das letzte Horoskop an. Bei diesem letzten Horoskop haben wir einen Steinbock MC. Beim Steinbock MC geht es ganz eindeutig um ein Wirken in der Öffentlichkeit. Ein verbindliches Wirken in der Öffentlichkeit. Und zu dem Steinbock MC, der übrigens auch sehr ehrgeizig ist, gehört der Saturn. Und der Saturn sitzt im Haus 11 im Wassermann. Und ein Saturn im Haus 11 im Wassermann kann man schlicht und ergreifend sagen, ist eine soziale Verantwortung. Das ist ein Wirken, ein Wirken für eine soziale Gemeinschaft in einer sozialen Verantwortung. Und dieser Saturn im Haus 11, der kann nur so, wie Wassermann zulässt. Und zum Wassermann gehört der Uranus. Und der Uranus sitzt jetzt wieder im Steinbock. Und wieder im Haus 10. Und wenn dieser Uranus im Haus 10 sitzt, dann geht es hier um eine Befreiung, könnte man sagen, im Rahmen der Gesetze. Oder um einen gewissen Widerstand im Rahmen von gesetzlichen Urteilen, so könnte man das auch sagen. Und nachdem dieser Uranus auch noch mit dem Mars verbunden ist, ist das Ganze extrem kämpferisch auch. Wenn wir jetzt auch noch die anderen Planeten in Haus 10 anschauen, und das müssen wir bei der Berufung immer tun, dann findet sich hier noch die Sonne im Wassermann und die Venus im Wassermann. Das heißt also, es findet hier eine Selbstverwirklichung statt in der Öffentlichkeit auf eine sehr befreiende Art und Weise mit einem großen Freiheitsbewusstsein, Freiheitsdrang. Und so eine Person, die kommt sehr sympathisch auch rüber, weil sie ist ja schließlich hier mit Sonne Venus verbunden. Und diese Person nutzt also dieses sympathische Auftreten in der Öffentlichkeit, um eben für die Rechte, für die Freiheitsrechte dieser sozialen Gemeinschaft einzusetzen. Wäre ein ganz hervorragendes Horoskop, allein schon von diesen wenigen Planeten, die wir haben, für einen Anwalt, für einen Rechtsanwalt, aber es könnte auch genauso gut ein Horoskop sein für einen Politiker. Was auf den Politiker nochmal ganz besonders hindeuten würde, ist der Neptun in Haus 10. Der scheint hier zwar wie im Haus 9 zu sein, aber er sitzt im Haus 10. Und wenn Neptun in Haus 10 ist, haben wir auch immer gleich das Schuldthema noch mit dabei. Und deswegen sage ich Politiker. Bei Politikern gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ein Politiker den Neptun in Haus 10 hat, und das haben sehr viele Politiker, dann ist das häufig damit zu deuten, dass es hier ein Dienst ist an einem Kollektiv oder Dienst für staatliche Organisationen. Dieser Neptun kann sehr ehrenwert agieren, aber es kann auch sein, dass dieser Neptun das Blaue vom Himmel lügt. Und wenn dieser Neptun das Blaue vom Himmel lügt, dann macht er sich schuldig. Und damit haben wir wieder diese Schuldfrage. Also Schuldthema spielt hier eine Rolle. Entweder, weil dieser Mensch andere Menschen verteidigt als Anwalt, oder wenn er politisch tätig wird, dann wird das Thema Schuld und Dienstbarkeit immer dabei sein. Das heißt, er kann auf der einen Seite sich tatsächlich verdient machen für eine staatliche Struktur oder für ein Kollektiv. Aber es kann auch immer ein falscher Weg dabei sein, wo man sich eventuell schuldig macht. Und da muss man halt einfach aufpassen. Wenn man das weiß, dass ein Neptun im Haus 10 diese Tücken hat, dann wird man sich als Horoskop eigener selbstverständlich dörferhüten. Ein insgesamt sehr interessantes Horoskop. Was bei diesem Horoskop auffällt, ist, dass wir feststellen, mit fünf Planeten im Haus 10 wird die Deutung der Berufung deutlich leichter. Zumindest, wenn diese fünf Planeten gut zusammenpassen, findet man also sehr schnell den Weg der Berufung, der auch relativ präzise formuliert werden kann, ohne jetzt alle anderen Planeten hier einzublenden. Aber gut, es sind ja eben gar nicht mehr so viel übrig da. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.